Dunau 3FM präsentiert Schwerberli Hills, Sightseam im Ländle. Neufra hat nur knapp 1000 Einwohner, aber hier ist wirklich für jeden etwas geboten. Wir haben Turnergruppen, wir haben einen Sportverein, wir haben einen Narrenverein, Musikkapelle, Gesangverein, Jungenchor, Reservisten, Kameradschaft, Landjugend, Feuerwehr, einen Seniorenglub, der auch sehr gut besucht wird. Und Fußball wird auch gespielt. Der FV Neufra ist Erster in der Bezirksliga. Die Spieler sind deswegen so gut, weil wenn sie über das Tor schießen, dann muss man den Ball suchen im Wald drin. Das ist der Urteil. Nach so lange können sie schnaufen. Und apropos schnaufen. Entspannen kann man auch, und zwar im historischen Hängegarten. Hängegarten deswegen, weil er auf Gewölben ruht und am Hang anliegt. Man kann sich hier echt entspannen, die Seele baumeln lassen. Wir haben einen wunderbaren Blick ins Donautal und wir haben Buchshecken, wir haben Lavendel, wir haben Salbei. Ein Ausflug nach Neufra lohnt sich schon an diesem Wochenende. Jetzt am Sonntag ist vom Musikverein das Frühlingsfest. Es gibt schwäbische Saumagen, es gibt schwäbische Maultaschen und es gibt auch Ochsenmaulsalat. Um halb zehn geht's los in der Donauhalle. Schwäbally Hills. Sightseeing im Ländle. Nur bei Donau 3 FM.